Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schule zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West Burning Shores Und wie in der letzten Folge angekündigt, machen wir uns heute erstmal auf den Weg hier zu der einen Brutstätte Bevor wir Lorna weiter folgen So und die Brutstätte, die müsste, wie sie aussieht, hier unten sein Brutstätte Täter Hm, das nutzen wir mal Stell dir sicher, dass du gut vorbereitet bist Ja, äh, hey du, ich bin immer vorbereitet, also, ne? Hm Äh Okay, ich sag mal darüber, ne? Da ist ein Datenpunkt, also Brutstätte, Tür, okay Na dann Keine Maschinen in Sicht bis jetzt Oha Außer Okay, ne Das bleibt Na dann, da Obwohl, da kann ich nochmal 10 herstellen Ah, die machen wir auch nochmal voll So, und dann ab in die Brutstätte Ei, 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 ei Okay, ich zeig dir den Herrn zu bringen Hm Das finde ich auch So, was ist denn hier los? Hallöchen Da kann ich hoch, ist klar Hey, hallo, 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 krieg ich mal Alter Ey, boah, die Steuerung ist ja gerade mal wieder Premium Äh, kann ich nicht anders sagen Alter Ich, ey, man, man kann hier nur so'n riesen Bogen fliegen Das ist Ja, jetzt Mann, so Alter Also die Steuerung ist das, die Steuerung nicht Premium Muss man ehrlich mal sagen Das scheint eine Tür auf der anderen Seite der Kammer zu sein Vielleicht führt sie zum Kärnten Äh, ach, die da? Aha Joa, ne? Dann kicken wir mal Ist hier irgendwas Größeres als diese kleinen Mistviecher? Nee, ne? Ah, doch, da Ich könnte sie mit Läschwasser beschießen Hm Okay Okay Jawohl Nice Oh, hält hier ist auch noch was? Und du auch noch weg So Von euch kann man ja leider nix einsammeln Oh, Hallöchen Nein Als ob ich dich verfehlt hab Also dein Auge Verdammt Hier scheint auch noch irgendwas zu sein, oder? Oh, halt, was ist das? Oh, spitzen Geilbauch Ah, ja Da ist das Vieh Hm Nicht schön Oh, Hallöchen Na guck, geht doch So, ja Nimm das Fräumts Weg Gesundheit ist voll, aber hey Kann nicht schaden So Uh, schöner Schrotthaufen Komme ich hier hoch? Nee Dammit Da sind Da sind Eiers Wie komme ich denn hier hoch? Also wie und wo? Wo hier, oder was? Ja Gucken wir mal, ne? Äh So, hier geht's ja nicht hoch Mann Weg Nervsack Oh, Hallöchen Komm mal runter So Okay Wie jetzt hier weiter? Wie, wo komme ich hier hoch? Hier komme ich doch Hier komme ich hier her? Äh, ja Hier komme ich her Kann ich die abschießen? Ah Und die geben dann Auftrieb? Jo Okay Danke Äh, ja Ah Da fliegt wieder die nächste Ah, hier Wobei, warte Ein bisschen brauche ich Brauchst du noch? Ey, ne Moment Wo willst du denn denn? Scheibenkleister Komm Oh nein Die ist nicht auf dem Die ist nicht auf dem Felsen gelandet Alter Ihr leckt's mir, Morsch Kann man die auch Selber beschädigen? Anscheinend nicht Hm So Jawohl Jawohl Jetzt kommen wir erstmal hier hin So Hm Na gut Dann nicht So Äh Moment Wo muss ich hin? Da oben So Wie komme ich da hin? Hey Was fällt denn das Ding? Keine Ahnung wo es ist Hm Okay Jawohl So Feierabend hier Maschinchen Ey Feierabend Sagt ich Mensch So Kann ich hier irgendwie Eine Abkürzung Oder sowas Freischalten? Ich hoffe es Also wenn ich runterfalle Dass ich Eine Brücke Das würde es mir leichter machen Alter Vater So Okay Ah ja Der nächste Link Also die machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier Gut Noch eine Brücke Okay Das ist jetzt nur hier rüber Das heißt hier Komm ich ja War ich ja sowieso schon Alles gut Oh Da ist auch hier so ein So ein Kistchen Naja So Einmal direkt auffüllen Gut Gut Äh Und nu? Moment Wo muss ich denn hier? Hä? Triff Seika? Nee Moment 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 Wo haben wir denn jetzt? Wie erstmal kurz hier Quests Wird das Unternehmen Quests? Nee Brutstätten Brutstätetäter Hier Quest aktivieren So Hä? Achso Äh ja Oh Gott Wo war die? Da Moment Das heißt Dafür brauche ich die ganzen Brücken Das heißt Da ist auch noch eine Ne? Wahrscheinlich Na gut So kommen wir Oh Fuck Fuck it Okay Wo ist die Maschine? Da Hui Und drüber Na das wird ja lustig Ey Oh Mann So Einmal kurz loslassen Zack Die Brücke bauen Und dann mit dem Ding hier weiter Ist hier oben noch irgendwas? Sieht nicht so aus Gut Halt doch hier Milana Schrotthaufen Nehmen wir Und hier noch ein Äh Gräber Ne? Rot-Augen-Wächter So heißen sie So Und dich muss ich jetzt Über die ganzen Brücken schieben Na geil Äh 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 So, weg. Komm mal her, hier. Nee, 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 ich finde nicht wundervoll. Oh, ey. Ah, shit. So, komm. Hallo, jetzt rüber da. So, weg mit den Viechers. Ach so, mein Fokus war noch gestört, okay. Ja, damit alles nehmen von den Biestern hier. Zack, jawollo. Und weiter nach da. Wesens blockieren die Spottleichen nicht den Weg, ey. Das würde mir jetzt noch fehlen, ja. Wenn ich die scheiß Kiste hier schon den ganzen Weg schleppen muss. Beziehungsweise schieben. Hm, 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 hm. So, jetzt hier rum. War das der spitzen Geilbauch gerade, oder was war das? Ach, nö. Moment. So. Weg damit. Na, Gott sei Dank, ey. So. Drauf da. Dann kann ich hier endlich durch. Nice. So, Moment. Wo lang? Hier oben lang? Nee, aber hier ist eine Truhe. So. Oha. Ihr könnt heiß sein. Eieiei. Oh, was ist da drüben? Gehen wir erstmal hier lang. Hopp. Ah, ja. Eine Truhe. Na gut. Warum auch nicht? So. Aha. Ach so. Ah, ja. Kann ich dran runterrutschen? Ich glaube, ich nähe er mit dem Kern. Aber wohin jetzt? Das ist immer die Preisfrage, ey, Loi. Das ist die Preisfrage. Da komme ich vielleicht dran. So. Wehe, die sinkt jetzt ab wegen meinem Gewicht. Wow, sie bewegt sich. Ich glaube, ich kann sie steuern. Echt? Indem ich mein Gewicht falle? Ach, du Schande. Okay. So, Moment. Wo muss ich denn lang? Erstmal nach da. Okay, also ist es auf jeden Fall eine geile Mechanik irgendwie, finde ich. Hat was. Hüpp. Ah, toll. Nur eine Truhe. Belastend. So, da ist ein Schild. Da komme ich ja nicht weit. Wenn ich zum Kern will, muss ich an diesem großen Schild vorbei. Ja, aber wie? Suche einen Weg am Schild vorbei. So, was ist denn das da? Hüpp. So, hier jetzt nach links und dann weiter hoch. Und dann wieder nach links. Und dann schauen wir mal, wo wir landen, ne? Hüppah. Jawoll. Oh, hier hoch. Ja. Nein, links und dann hoch. So. Äh, und nu? Kann ich da auch hoch? Nee, die haben anscheinend keine Greifpunkte. Okay, wieso kann ich hier hoch? Das muss doch einen Grund haben. Ah, Moment. Hier ist noch. Hier geht's noch weiter. Aha. Darum kriege ich da hoch. Macht Sinn. Ah. Oh. Oh. Ich dachte, Eloy springt nicht, ey. Oh shit, ich da hingemusst. Nicht gut. Scheiße. Und jetzt? Nö. Oh, nee. Verdammt. Okay, nochmal die Kletterpartie. Oh. Belastend, ey. So ein Mist. Aber gut. Aber gut. Aus Fehlern lernt man ja manchmal, ne? Mal gucken, ob ich draus lerne oder ob ich nochmal so doof bin. Ach, hier ging's weiter hoch. Okay. War noch falsch in der Seite. Hallo, hoch da. Eloy. Hoch. Danke. So. Und schwupp. Und ab dafür. So. Und darüber. Oh, da, 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 da. Junge. So. Da geht's nicht lang. Äh. Wo denn dann? Moment mal. Und nu? Jetzt bin ich hier in der Lava-Höhle. So. Hier geht's nicht lang. Ähm. Hä? Energieschild. Ja, schönen Dank auch. Das, äh, wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Energieschild. Nochmal danke. Hä? Moment, das ist jetzt... Hm. So, Moment. Von da bin ich gekommen. Kann ich noch irgendwo hin? Nee. Da geht's nur... Ne? Da fliegen die durch das Energieschild. Ich kann da nicht durch. Hä? Also, ich müsste hier schon richtig sein, würde ich jetzt sagen. Aber... Was soll ich denn hier machen? Noch eine Kühlsaftdrohne. Aha. So. Warum kamen die eben nicht? Warum muss ich hier erst so lange rumrätseln? Mann. So, okay. Hier ist anscheinend nix, außer da drüben der... Boah, der greift gut. Ich dachte gerade, ich verpasse den, ey. Moment. So, Tür überbrücken. Und weiter geht's. Meine Fresse. Oh, das sind viele Eier. Die Brotstätte funktioniert nicht richtig. Die Maschine hatte hier freie Hand. Na toll. Finde ich... Und da kommt die Stachelbrot. Finde ich nicht gut. Weg. Ey. So. Moment. Noch irgendwo einer? Nee. Okay. Zumindest bis jetzt nicht. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Weg. Nix da. Hier wird nicht geschlüpft. So, bin ich auf dem richtigen Weg? Ich hoffe es. Sieht aber schon mal nicht so schlecht aus. Ach, du Schammer. Alter. Nächstens brauchen die nur einen Treffer. Ist ja schon mal was Gutes, ne? Mehr Stachelbrot? Klar, warum nicht? Ah. 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 Aber hier war irgendwo noch... Oh Gott. Ja. Mehr als einer. Shit. So. Moment. Alter. Ist jetzt mal gut? Junge. Hab's ihm so ein Angebot oder was? Meine Fresse. Ah. Sowohl als auch. Einmal abzeilen. Mhm. Okay. Und nun? Da unten. Ah ja. So. Hier runter. Ja. 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 Da bin ich auch mal gespannt. Aha. Mit der Plattform wieder, okay? Jo. Gut. Tja, das hoffe ich ja auch mal, ne? Sonst wäre das Ganze hier für eure Katz. Äh, so. Tja. Hilft nix. Uuuh. Alter. Hier drüben ist er der Öffnung. Könnte zum Kern führen. Aha. Könnte. Na gut. Maschinen kommen hier nicht, von daher muss ich da wahrscheinlich durchgleiten, ne? Hui. Was ist denn, was ist denn das da? Was ist das? So. Aber was sollte das werden? Eine Feuerklau oder sowas? Und da ist der Knoten. Aha. Ich kann doch nicht so einfach an den Knoten ran. Hier kommt doch gleich noch irgendwas. Na guck, natürlich, habe ich nicht gesagt, so eine Scheiße. Aua, aua, aua. 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 Oh mein Gott. Au. Alter. Hallo, 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 hallo. Hör auf damit. Aua. Aua. Junge. Aua. Alter, ja, komm. Wie oft denn noch? Weg mit dir. Junge, also die Fasinef-Waffe, die ist schon gut, ey. Alter Vater. Her damit. Halt, Moment. Da war noch was anderes. Shit. Hätte ich noch was plündern können, glaube ich. Höh, höh, höh. Höh, höh. Neue Maschinenüberbrückung. Was für der Bildnis helfen? Nice. Nur der Gallbauch. Okay. Ich hatte gehofft noch ein bisschen mehr. Wobei, ich weiß ja, wie gesagt, gar nicht, welche Maschinen mir noch fehlen. Keine Stachelbrot in Sicht. Nice, nice, nice. Gut, Freunde der Sonne. Damit werden wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und in der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich mit der Hauptquist weiter, außer ich stolper noch irgendwie über eine Brotstätte oder sowas. Ne, aber geht erstmal davon aus, es geht mit der Hauptstory weiter, sprich, wir sind wieder hinter LaundWire. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, hey, ganz einfach, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017